Musik Beginnen wir heute einmal mit Schmetterling, meine Damen und Herren. Das alte griechische Wort für Sie lautete Psyche, verwies also auf die Seele. Unser deutscher Ausdruck beschreibt dagegen den Ort, an dem sich diese Tiere gern niederlassen. Schmetten oder Schmand, das ist ein Wort für Rahm. Die Geschlechtsorgane des Schmetterlings, auch darüber müssen wir ja reden, liegen in dessen Hinterleib, genauer dem Abdomen. Sie sind sehr, sehr klein, äußerst klein. Aber sie sind wichtig. Einmal aus jenem trivialen Grund der Fortpflanzung, aus dem alle diese Organe wichtig sind. Zum anderen aber, weil der akademische Fachmann, der Lepidopterologe die zoologische Bestimmung, die Klassifikation dieser wunderschönen Tiere nach der Beschaffenheit der männlichen Reproduktionsorgane vornimmt. Der Mann, von dem in der heutigen Sendung die Rede sein wird, Wladimir Nabokov, verdarbt sich seine Augen bei dieser anstrengenden Tätigkeit. Eine Zeit lang soll er siebenmal in der Woche sechs Stunden lang auf nichts anderes gestarrt haben, als eben jene winzigen Organe. Es gibt viele Schriftsteller, die im Laufe ihres Schaffens ihre Sehkraft einbüßen. Denken Sie nur, verehrte Zuseher, an James Joyce oder an Jorge Luis Borges, der im selben Jahr wie unserer Hauptfigur, also 1899, auf die Welt kam. Doch keiner konnte dieses Missgeschick darauf zurückführen, dass ihm als kleinem Bub einmal auf dem Dachboden des äderlichen Stadtballais ein Bildband der Maria Sibylla Merian in die Hände fiel. In diesem Werk aus dem frühen 18. Jahrhundert hielt die vielleicht größte deutsche Zeichnerin und Naturforscherin fest, was denn geschieht, wenn eine Raupe sich in einen Schmetterling verwandelt. Seither konnte man Schmetterlinge aus der Psyche von Wladimir Wladimirovich Nabokov nicht mehr herausdividieren. Als er das Buch schrieb, welches seinen Namen in die Weltliteratur eingravierte, den Roman Lolita, stellte er in allen möglichen Gegenden der Vereinigten Staaten Schmetterlinge nach und untersuchte ihre Genitalien. Jener Dachstuhl eines Stadtpalais befand sich in der Polscha-Jamaskaya-Uliza Nummer 47 in St. Petersburg. Hier lebte die Familie Nabokov sehr wohlhabend, milde aristokratisch und beziehungsreichst verknüpft mit den Großen, den Klugen, den Einfallsreichen des Zarenreiches. Der Großvater von Wladimir Wladimirovich hatte seinem damaligen Zaren noch als Justizminister gedient. Der Vater gehörte nach dem Zusammenbruch des Imperiums der Regierung der Ersten Russischen Republik an. Wenn es in dieser Familie eine Religion gab, dann war es die des Kosmopolitanismus. Der Glaube daran, dass verschiedene Kulturen sich nicht wechselseitig ausschließen, sondern befruchten, wenn man sich denn die Mühe macht, in diese Kulturen einzudringen. Für einen jungen Mann aus einer wohlhabenden Familie in St. Petersburg bedeutete das, man spricht Russisch, Englisch und Französisch bevor man sich den schwierigeren Problemen der Bildung hingibt. Im Fall des jungen Nabokov trug es sich zu, dass sein Englisch früher reifte als das Russische. Dem Papa, der bei aller Liberalität eher konservativ-nationalistisch geprägt war, gefiel diese Reihenfolge übrigens nur bedingt. Reichtum, Kosmopolitanismus, Verbindung zum Zarenhaus, das waren, milde gesagt, nicht die optimalen Voraussetzungen für ein glückliches Leben in einem Russland, das nach 1917 im Namen des Kommunismus auf das Kommando von Wladimir Eliević Ulyanov, genannt Lenin, hörte oder hören musste. Und diesem Mann wird später noch die Rede sein. Die Familie Nabokov begab sich ins Exil, anfangs noch unglaublich, ob dieser vermeintliche rote Spuk nicht bald vorüber gehen würde, zog man zu Verwandten nach Yalta. 1919, als sich der Sieg der Kommunisten nicht mehr fortwünschen ließ, retteten sich die Nabokovs mit dem letzten Schiff aus Sevastopol in den Westen. Sie ließen sich erst in England nieder und landeten dann 1920 in Berlin, der größten Gemeinde für weißrussische Flüchtlinge in Europa. Berlin gilt heute nicht unbedingt als ein Schulbuchbeispiel für die geglückte Integration von Ausländern. Das war vor 90 Jahren anders. In den Stadtteilen Charlottenburg und Wilmersdorf, so erinnert sich der Vetter von Wladimir Nabokov, der Komponist Nikolai Nabokov, war es in den 20er-Jahren völlig egal, ob Russisch oder Deutsch gesprochen wurde. Die Einheimischen hatten ganz andere Sorgen, als sich über eine Vielfalt von Sprachen und fremden Gebräuchen aufzuregen. Manche Russen lernten so gut Deutsch wie Vetter Nikolai, der damals den Dichter Rainer Maria Rilke beeindruckte. Andere warten einen hoheitsvollen Abstand, wie Wladimir Nabokov, der seinen Kontakt mit der Landessprache auf das Notwendigste beschränkte. Wie er in seinen Memoiren Erinnerungssprich schrieb, fand er gerade das Berliner Idiom als besonders widerwärtig. So lebte er lieber in seiner eigenen Welt, schrieb auf russisch Gedichte und Romane, die allerdings früh schon auch ins Deutsche übertragen wurden. Er langte in seinem russischen Umfeld bald einen hervorragenden Ruf als Schriftsteller. Nicht nur als Schriftsteller, er war auch ein sehr begabter Schachspieler, Erfinder des russischen Kreuzworträtsels und ein Tennisspieler von Format. Lauter Qualitäten, die auch die Damenwelt nicht unbeeindruckt ließen. 1925 heiratete er Vera Slanin, eine jüdische Emigrantin aus Russland, zu deren vielen eminenten Talenten auch zählte, einen Schriftsteller sanft steuern zu können. Einen Schriftsteller, der, um es höflich zu sagen, sehr eigenwillig und sehr meinungsstark war. Sanft steuern ist vielleicht eine Verharmlosung. Einmal riss sie, also die Ehefrau ihrem Gemahl, ein Manuskript aus der Hand, das er gerade in das lodernde Kaminfeuer werfen wollte. Männer lieben solche dramatischen Gästen. Das drückt sich Anfang der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu. Die Nabokovs waren vor den Nazis aus Deutschland über Frankreich in die USA geflohen und amerikanische Staatsbürger geworden. Wladimir Nabokov publizierte längst auf Englisch. Er hatte an verschiedenen renommierten Universitäten der amerikanischen Ostküste Lehraufträge für russische und westeuropäische Literatur erhalten und eine Stelle als Kurator für Schmetterlingssammlungen bekleidet. Es war jene Zeit, von der ich am Anfang der Sendung gesprochen habe, als ich auf die Einschränkung seiner Sehkraft durch langes Starren auf die Genitalien von Schmetterlingen redete. Bei dem Manuskript, das ohne Vera Nabokovs Eingreifen fast im Feuer gelandet wäre, handelt es sich übrigens um den Entwurf für einen Roman, der den Titel Lolita tragen sollte. Selbstverständlich haben sie alle, verehrte Zuseher, Lolita gelesen oder als Film betrachtet oder als Beispiel benutzt, wenn die Rede auf die Liebe von älteren Herren zu viel zu jungen Mädchen kam. Der Name der kleinen Nymph, die eigentlich Dolores hieß, und ihren Liebhaber, den Mann, der sich Humboldt Humboldt nannte, so virtuos quälte, jener Name Lolita steht ja seither gleichsam wie ein eingetragenes Markenzeichen für eine ganz spezifische Form männlichen Verlangens und weiblichen Verführens. Wenn Sie das Buch jetzt wiederlesen, liebe Zuseher, wozu ich Ihnen von Herzen rate, sollten Sie, um die Entwicklung eines Schriftstellers aus der Nähe zu prüfen, aber auch eine Vorstudie zu diesem Thema lesen, trägt den Titel Der Zauberer. Entstand in den späten 30er Jahren und galt lange als verschollen. Auch hier geht es um ein kleines Mädchen, das in den Fokus männlicher Begierde gerät. Doch anders als im Roman Lolita greift der Autor, greift also Nabokov, dem Thema gleichsam unmittelbar an die Gurkel. Und Sie können hier wunderbar vergleichen, wie unterschiedlich ein Autor sich anstellt, je nachdem, ob er eine Erzählung oder einen großen Roman entwirft und niederschreibt. Lolita zeigt den Autor auf der Höhe seiner Gestaltungskraft, sozusagen den Schmetterling in der ganzen Pracht seiner Flügel und der Anmut seiner Bewegungen. Der Roman reiht sich gleichsam ungeniert in die Weltliteratur ein, auf deren Werke immer wieder unauffällig angespielt wird. Da der Held der Geschichte, wenn man ihn den Held nennen kann, da also Humbert Humbert selber Literaturwissenschaftler ist, kann Nabokov hier Register seiner Belesenheit und seiner Stilkenntnisse ziehen, ohne dass ihm seine Figur zu Pappmaché wird. Und die Orte und Landschaften in Neuengland und im Inneren der USA, in denen sich Lolita und ihr Liebhaber von Motel zu Motel bewegen oder an denen der verlassene Liebhaber später sein verloren gegangenes Glück sucht, diese Orte hatte der Autor selber durchstreift, naturgemäß auf der Jagd nach Schmetterlingen. Nabokov liebte die englische Sprache und er verabschwerte die Untiefen der amerikanischen Alltagskultur mit einem Ingrim, der fast schon an perverse Zuneigung grenzte. Etwa die Kultur des Motels. Im Russischen gibt es ein Wort, es heißt Pajlost und bezeichnet das Vulgäre, das Triviale, das Kitschige, das mit falscher Bedeutung Aufgeladene, Aufgeblasene. Für einen Schriftsteller, der Pajlost zu seinem Lieblingsfeind erkoren hatte, waren die Vereinigten Staaten das reine Paradies. Und es muss Nabokov wie später nur seinem Leningrader Landsmann, dem Nobelpreisträger Josef Bratzky, ein unendliches Vergnügen bereitet haben, den Amerikanern höchst elegant und dazu noch in ihrer eigenen Sprache immer wieder nachzuweisen, wie weit sie es noch hatten, um in der Zivilisation anzukommen. Leider mir, Nabokov war ein unerbittlicher Kritiker, war ein Mann der höchsten künstlerischen Maßstäbe. Er war übrigens auch ein Rechthaber, der in gut 40 Ehejahren seine Frau nur ganz selten im Schachspiel gewinnen ließ. Aber diese Strenge legitimierte sich durch eine wunderbare Gabe des Begreifens, etwa eines literarischen Stoffes oder des komplexen Wesens eines Autors. Selbst wenn Sie, fällt dazu sehr, wie ich, lieber Originalwerke lesen, als die Literatur über Originalwerke, werden Sie, fast möchte ich sagen, berauscht, wenn Sie Nabokovs Analyse des Romans »Die toten Seelen« seines ukrainischen Kollegen Nikolai Gogol lesen. Wenn Ihnen etwa ganz überzeugend erklärt wird, warum in diesem Roman ein Mann, der für den Fortgang der Geschichte nicht die geringste Bedeutung hat, der einfach nur so herumsteht, in einer so großen Detailgenauigkeit geschildert wird. Hier erklärt ein Künstler das Werk eines anderen Künstlers und das nicht in der Sprache von Kunstkritik. Kunstkritik, das ist ein Geschenk des Himmels, für das jeder Leser dankbar sein muss. Der Roman »Lolitha«, dessen Existenz seine Frau Vera durch ihr beherztes Eingreifen gerettet hatte, änderte Nabokovs Leben fortan. Konnte er, wenn auch bescheidener, wieder in jener wirtschaftlichen Unabhängigkeit leben, in die er 1899 hineingeboren worden war. 1967 zog das Ehepaar zurück nach Europa und ließ sich im schweizerischen Montreux in einem sehr komfortablen Hotel nieder. Dort starb der Autor zehn Jahre später. Seine Lust am Richtigstellen, sein Kampf gegen das Schlampige, blieben bis zum Ende die große Leidenschaft des Wladimir Nabokov. Wenn einer seiner gefürchteten Leserbriefe in der Redaktion, einer Zeitung oder einer Rundfunkanstalt eintraf, zitterten Chefredakteure und Intendanten. Aber das verkanntes Nicht-Richtig-Geschätzt-Werden zieht sich wie ein unseliges Muster durch die Biografien fast aller Mitglieder der Nabokovs, dieser so farbenprächtigen, von den Bolschewiken und den Nazis verfolgten Familie. Ich darf Ihnen zu diesem Thema ein letztes Beispiel erzählen, als Nabokovs Vetter, jener leider noch immer unterschätzte Komponist Nikolai, dem von ihm so bewunderten Rainer Maria Rilke einen Satz aus seiner Klaviersonate vortragen wollte, ließ die Musik den Dichterfürsten eher unberührt. Ihn interessierten vielmehr Berichte über seine Kollegen Majakowski und noch einen anderen russischen Hoffnungsträger. Ich bin fasziniert von Lenin, vertraute Rilke dem jungen Nabokov an. Nikolai hat diese Anekdote seinem Vetter Wladimir nie erzählt. Rilke dem jungen Nabokov an. 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 Vielen Dank.